Südheimsheim drei Kilometer, Leonberg-Ostkreuz Stuttgart sechs Kilometer. Nach unnötigen sechs Stunden Autofahrt hatten wir endlich unseren Soundcheck hinter uns. Und dann musste es anfangen zu regnen. Aber es hieß, vor dem Auftritt sollte es wieder aufhören. Also haben wir gewartet. Und einfach nur die Zeit gekillt. Und irgendwann hat es tatsächlich aufgehört. Ich weiß nicht, was mich da draußen erwartet. Ich weiß jetzt, ob ich geh raus und mal sehen, was passiert. Wir gehen mal zur Besten. Ja, ich laufe, alles offen. Es ist eine coole Stimmung hier. Alles klapper. Sind Sie nervös? Nein, nein, das Bier hat es schon geklärt. Das Bier hat es geklärt. Ich bin optimistisch. Ach, singt die auch wieder. Okay. Und dann ging's los. S // teil. � Irwin- Also, was ist dein Fazit? Mein Fazit ist, es war ein erfolgreicher Abend, es war schön, es war ein schöner Abend, hat Spaß gemacht, das Publikum über Krotzinger war fett, es war Hammer, sie haben alle mitgemacht, besser geht's nicht, am Ende noch kurz, mit Yvonne ein paar Bilder geschossen, sie haben sie kurz kennengelernt, tolle Frau, cooler Charakter, sehr höflich, sehr nett, hat nur Spaß gemacht, mit ihr Zeit zu verbringen, und Bad Krotzingen, wir kommen wieder, vielleicht. Was haben wir? Was haben wir? Was haben wir? Ja! Okay. 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 Vielen Dank.